Und... Oh ja, das wäre super nett. Das ist jetzt halt Gas. Aber dann wird die so schnell, da zieht die hoch, vor allem das Leitwerk. Ich hab das gestern gemerkt. Du hast übermotorisiert oder was? Das ist jetzt knapp die dreifache Leistung vom Original. Der Aqua allerdings auch. Das sind 2.2 und im Original sind 850er drin. Und dann ist es auch eine Frage der Zeit, wenn man ernsthaft für das materielle Problem kriegt. Ich sehe jetzt ein bisschen Strom sparen. Jetzt starten wir den Motor wieder. Ach, woher? Ach, woher? Ach, woher? Uwe, was sagst du? Ach, woher? Ach, woher? Ach, woher? Ach, woher? Ja. Wenn ich den Klima rüber habe, dann fliegt man ja nicht vor, als es jetzt kommt. Ich glaube, der kommt ja irgendwann schon auf dem Aufwärtspunkt. Das liegt ja nicht. Der Motor wird alleine fliegen. Ja. Der macht halt eigentlich auf der Stelle schon. Das ist doch so Räume genommen. Hast du die drauf gemacht, Marco? Ja, jetzt. Da ist was mehr dran, oder? Das hat's nicht. Jetzt die hab ich gut drauf. Rückenlage, Bauchlage, jetzt machen wir mal Steißlage. Ja. Ja. Warte, ich mach jetzt. Machen wir jetzt noch. Einmal Beckenendlage. Ja. Das ist jetzt mit ohne Motor. Das ist jetzt wirklich sehr lang. Das ist nichts kaputt gegangen, Walter. Nee. Aber einer Pinsel klingt ein bisschen mit dem Hecht, ne? Ich weiß nicht, wie die Klaassen liegt. Ja. Ja. Also, viele Eigenschaften, die sind schon in den Modellen, gibt es vieler. Aber jetzt überholt ich es mal. Ja, ich hab die Kamera jetzt mal hinten. Ja. Gibt's die 262 auch mit dem? Ja. Ja. Vier Minuten. Okay. Wollen wir mal gucken, dass wir die Mission hier zu Ende bringen? Werden wir nicht wirklich böse sein, aber... Alles klar. Du bist in der Herr Krämer. Ah, da kommt er! Mit was für einer Aggressionen die heute unterwegs sind. Ja. Ui. Oh. Das hat wehgetan. Ja. Und mir war so, ne? Also bei 50 Schuss gerade musste was getroffen sein. So, jetzt gucken wir nochmal, lösen wir einmal ab. Ich muss jetzt einmal mit den Flügeln wackeln und du hast einen Abschluss. Genau. Ja, Freunde, ihr sollt das auch sehen. So, jetzt wird's gewackelt. Seid ihr zufrieden? Ja. Ja, macht nix. Wirf ihn in die Luft. Gegen den Wind. Nee, ist gut. Ich glaub, der hat für heute hinter sich. Was meine ich da auch im Manöver fliegen zu müssen? So, warte mal. Sehen Sie gut?